Die Firma PILZ ist ein Automatisierungshersteller mit dem Schwerpunkt Sicherheit. Wir stellen verschiedenste Produkte und Dienstleistungen für den Bereich der Automatisierung her. Wir haben bereits vor neun Jahren begonnen mit dem Thema der Modularisierung, mit dem Thema der Vernetzung und so ist Industrie 4.0 für uns ein ganz organischer Prozess, der weitergeht. Das ist eine Evolution. PILZ engagiert sich bei der Smart Factory Kaiserslautern, da wir die Smart Factory als eine optimale Plattform empfinden, wo sich die Akteure der Automatisierung treffen können und gemeinsam praxiserprobte Modelle ausprobieren können. Die Chance, die sich durch Industrie 4.0 für Deutschland ergibt, ist, dass wir die Kompetenz, die wir in Deutschland haben in Bezug auf den Maschinenbau, voll ausleben können. Und es ist so schön zu sehen, wie diese Kompetenz gepaart durch eine andere Kompetenz, zum Beispiel aus dem IT-Bereich, wenn dort eine Verschmelzung beginnt, was dort für neue Ideen, für neue Produkte, für neue Möglichkeiten überhaupt daraus entstehen. Wir sind in 40 Ländern weltweit vertreten, so wie auch die anderen Teilnehmer in der Smart Factory international sehr gut aufgestellt sind. Und da gilt es nun Standards zu setzen, dass sich verschiedene Themen durchsetzen können. Denn nur wenn wir alle gemeinsam uns dem Thema der Vernetzung öffnen, dem Miteinander öffnen, dann wird wirklich auch ein Erfolg in der Zukunft draus werden. und zwar wird auch ein Witz prozess. Also, wir sind die vier Jahre im Endgame. Es gibt drei Jahre im Spastanz, Und zwar ist die dritte, Und zwar ihrawnern, wenn ihr dann bestätigt, Wir haben uns da noch ein paar Minuten, denn da nicht zu ernst. So wie auch das programmierstelle ist? Vielen Dank.